Kommt schon, ich bin extra jetzt nochmal mit hier hochgekommen, dass wir uns unterhalten können. Und ihr sagt ja einfach nein. Finde ich nicht in Ordnung von euch. 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 Wie heißt du? Finde ich nicht in Ordnung von euch. Und gegenüber ist der Michelle. Hallo. Hallo. Hi. Danke schön. Was machst du mit Frauen, Baby? Was machst du mit Männer reden? Pardon. Wir können euch mit uns unterhalten hier über dieses Gerät. Warum ist es zu spät? Wollt ihr mit mir reden? Wollt ihr aber nicht bespät? Wollt ihr mit uns unterhalten? Wollt ihr noch mehr umgebracht worden? Wollt ihr mit uns unterhalten? Das ist unhöflich. Wir haben uns extra den Weg gemacht bis hierhin. Wir haben uns unterhalten. Wir haben uns unterhalten. Was? Wir haben uns unterhalten. 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 Wir haben uns unterhalten.